Die Ergebnisse des neuen Meeting- und Eventbarometers 2018-2019 zeigen einmal mehr, dass sich der deutsche Tagungs- und Kongressmarkt weiter diversifiziert hat. Grund dafür sind unter anderem die Megatrends Globalisierung und Digitalisierung. Veranstaltungen in Deutschland sind weiterhin ein Wachstumsmarkt. Die Zahl der Teilnehmer an Tagung, Kongressen und Events im Jahr 2018 ist bereits um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch die Anzahl der internationalen Teilnehmer, die an Tagung und Kongressen in Deutschland teilnehmen, hat sich ein weiteres Mal erhöht und mittlerweile seit den Aufzeichnungen 2006 fast verdreifacht. Besonders gut behaupten sich die Veranstaltungsarten der Tagungen und Kongresse, die mittlerweile über 60 Prozent des gesamten Volumens abbilden. Die Digitalisierung prägt den Veranstaltungsmarkt Deutschland weiter deutlich. Insbesondere der Einsatz von hybriden Veranstaltungsformaten hat zugenommen. Der Megatrend der Digitalisierung schlägt sich auch im Marketing nieder. Online-Maßnahmen und digitale Elemente nehmen deutlich zu. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen erweist sich der Veranstaltungsmarkt in Deutschland einmal mehr als stabil und zeigt sich als gut aufgestellt. Sowohl auf der Seite der Anbieter als auch auf der Nachfrageseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017